Herzlich Willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag wird erläutert, wie Sie mit SolidWorks und SolidCAM Ihre Bauteile problemlos erstellen und bearbeiten können. SolidWorks ist eine featuregestützte CAD-Software. Dabei werden parametrische Modelle erstellt. Mittels Verknüpfung und Einschränkung von Freiheitsgraden können dann Baugruppen erstellt werden. Von diesen Einzelteilen und Baugruppen können dann automatisch Zeichnungsableitungen abgeleitet werden. Die CAD-Software SolidWorks ist ein Konstruktionssystem für den Maschinenbau, das auf der grafischen Benutzeroberfläche von Microsoft Windows eingesetzt wird. Mit diesem Programm können Konstrukteure problemlos ihre Ideen in Skizzen umsetzen, mit Featuren und Bemaßungen experimentieren, sowie Modelle und detaillierte Zeichnungen produzieren. SolidWorks verwendet die 3D-Konstruktionsmethode. Während Sie ein Teil von der Anfangsskizze bis hin zum fertigen Modell konstruieren, entsteht ein 3D-Element. Ein Modell, Einzelteil. Einzelteile haben in SolidWorks die Dateiendung SLDPRT, SolidPart. Das nächste Dateiformat in SolidWorks sind die Baugruppen. Sie können mehrere zusammenpassende Teile erstellen, um Baugruppen zu bilden. Die Teile werden über Verknüpfung in eine Baugruppe integriert. Beispielsweise werden deckungsgleiche oder kolineare Verknüpfungen erstellt. Mit Werkzeugen, wie Komponente verschieben oder drehen, können Sie dieses sehr schön veranschaulichen. Baugruppen haben in SolidWorks die Dateiendung SLDASM, SolidAssembly. Das dritte Dateiformat in SolidWorks sind die Zeichnungen. Zeichnungen werden auf Grundlage von Teilen- oder Baugruppenmodellen erstellt. Sie können in verschiedenen Ansichten angezeigt werden, wie beispielsweise mit Standard-3-Ansichten oder in einer isometrischen Ansicht 3D. Sie können die Bemaßung direkt aus dem Modell importieren oder aber auch manuell hinzufügen. Zeichnungen haben in SolidWorks die Dateiendung SLDDRW, SolidDrawing. Mit SolidCAM, der integrierten Kammlösung für SolidWorks, können Sie dann Ihre Bauteile oder Baugruppen mit Fräs- oder Drehjobs weiter bearbeiten, um den NC-Code für Ihre Werkzeugmaschine zu generieren. SolidCAM verfügt über zwei Dateiformate, PRT oder PRZ.